So, you've upgraded the Toolstore to Level 1. So, also, wir haben jetzt unser Ding, wir haben... Wir müssen das eigentlich abbauen, aber ich will das eben noch nicht, man. Jawohl, so, zack. Das wollen wir für die Docks. Docks. Caliport Pad. Okay, da können wir dann... hier so cool rumfliegen, aber... äh, Docks, aber das brauchen wir noch gar nicht. Also, ich find, so, zack. Egal, ich will das einfach... ich will das hier bauen, das ist es besser als Ziel. Ähm, den hier. Das baue ich dafür. Support Station, Power Station, Teleport Pad. Okay, das dürfte ja nicht so schwer sein. Dad. Braue ich das eigentlich? Hör mal. Ich baue jetzt diesen Teleporter, guck, was ich damit machen kann. Jawohl. Ah. I need a power star show. Session. So. Upgrade. Docks und Power Station können wir jetzt bauen. Uh. Power Station. Na, na, dahin. Geht's auch besser. Ja, so, dahin. Komm schon. Komm schon. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich bin gut, ich bin gut. Ah. Kann wir nicht noch mehr Rock Raider dazu teleportieren? Ne. Okay. Ui. Okay, du hast jetzt Level 2, bla bla bla. Oh, and you have... Okay, jetzt darf ich einen Small Mobile Laser Cutter und einen Tunnel Scout importieren. Also, auf unseren Planeten runterbieben. Cool, das bringt mir so viel. Cool, ich kann jetzt die zu Explosive Experts trainieren. Finde ich cool. Das heißt, ich nehme all meine... Ah. Ah, ja, stimmt. Ah, ja, das kommt nachher. So. Da, nehmt mal das. Das. Ich muss den. Ja, sehr schön. Dann noch einer von euch. Aber ich hab viel zu viel. Mann, ich halte mich auf, aber egal. Ich will noch die Power... Äh, vielleicht können wir die befestigen. Jawohl, das machen wir jetzt. So, dann... Rutscht uns hier auch nichts mehr weg. Boah. Use Dynamo. Du, ey, wir können ja mal was wegsprengen. Können wir das hier auch wegsprengen? Nein. Aber... Darum viel zu weit. Ach, ich will das nicht so schnell. Komm schon. Komm schon, eine Power Station, dann ist auch Ende. Ruhe dich erstmal aus, du hast es dir verdient. Wie, das können wir da nicht hinbauen. Das ist aber scheiße. Doof, Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab nix. Ich hab nix. Ja, machen wir das mal so jetzt. Power Station. Ah. Reinforced Wall. Okay. Okay. Gut. Dann. Haupt, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dann lass ich's einfach sein. Jawohl. Okay. Warum haben wir immer noch diese hässliche Alarm? Was ist das denn? Radar auf, Radar auf. Boah. Backobjekt. Backobjekt. Ui, ui, ui. Ein Energiekristall hat mich gefunden. Stopp, aber ich wollte das doch. Können wir hier mal so rum? Okay, komm schon. Oh, jetzt. Ach, egal. Komm schon. Dad. Ich weiß, es ist gerade ziemlich unnötig, was ich mache, aber ich will das jetzt. Upsala. Was macht der denn? Ah, der kann jetzt explosiv hier. Toolstar. Oh, die baue ich mir gleich. Nein. Oh, der bombt hier jetzt was in die Luft. Dieser Typ sollte erstmal weg. Solidrock. 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 Oh, 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 nicht das unser... Al... Ja, ich... Okay. Okay. Komm schon. Komm schon. Zwei, acht. Acht von neun. Neun von zwölf. Zehn von zwölf. Komm, schaffst du. Schaffst du. Komm schon. Hop, 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 hop. Einer noch. Verdammt. Verdammt, was macht ihr da? Power path. Power path. Was? Komm schon. Komm schon. Das geht auch. Komm. Komm schon. Ja, ja, ja. Power path. Raster aus. Schnell, schnell. Nicht ausruhen. Nicht ausruhen. Das schaffst du. Jawohl. Und jetzt. Yeah. Und ich finde es auch immer so nice, dass die wirklich alles hier aus Lego gebaut haben. Achso, die Wände alles aus Lego gebaut haben. Das heißt, ich könnte theoretisch mir das selber. Yeah. Mir das selber nachbauen. Und ich finde es so hammergeil. So. Wir haben viel zu viel Zeit an dieser Einmission jetzt gerade verbracht. Hier, zoomen wir mal wieder raus. Was ist das denn? Ach nee, das brauchen wir nicht. Oh, zack, 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 geht das hier? Ein Energiecrystal hat been found. Drill wall. Kriegst du hin hier? Zack, 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 zack. Ziggi, 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 hier geht das hier? Wahrscheinlich. Ein Energiecrystal hat been found. Ja, hier. Ne, siehst du mal. Ne, geht. Ein Energiecrystal hat been found. So, jetzt können wir irgendwas hier. Vielleicht. Ein Energiecrystall hat been found. Du hast jetzt zwei Energiecrystall geöffnet. Yeah, yeah. Oh. So, dann lassen wir das erstmal jetzt. Das ist gerade ein bisschen laggy. Ein anderer Energiecrystall hat been found. Du bist dann halbwegs da. Gott, ich kann nicht glauben, dass es hier lag. Drill wall. Okay, ich entschuldige mich. So. Okay, da haben wir uns nochmal. Gewettet. Solid rock. Wir sind die Besten, denn... Gut gemacht, du hast alle fünf Energiecrystalle und die Mission ist vollendet. Jawohl, ich bin so gut. Okay. Gucken wir mal. Driller Knights. Okay. 57, also 100% Energiecrystalle. 57, ach, 56%, äh, ORs. 100% irgendwas. 0% irgendwas. 100% wahrscheinlich von den einzelnen Typen behalten. Ja, 0. 100% das. Und wir haben 14 Minuten gespielt. Wow. Und... 82%, oh mein Gott, da geht aber auch mehr. Bitte ja. Aber müssen wir bei der nächsten Mission mal reinhauen. So. assicein. Alter insulted. Beideein. 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 Beideein.